Bridgestone bringt aktuell einen neuen Reifen mit Notlaufeigenschaften namens Driveguard auf den Markt. Dank einer verstärkten Seitenbahn kann der Driveguard auch bei vollkommenem Bruchverlust eine Strecke bis zu 80 km mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 kmh zurücklegen, um einen Reifenwechsel nachts, möglicherweise bei schlechter Witterung oder unsicherer Situation oder alleine wegen unzureichender Bordmittel zum zumindest sofortigen Moment zu vermeiden. Den Driveguard gibt es in den gängigen Größen sowohl mit Sommer- als auch Winterprofil. Der Driveguard ist uneingeschränkt recyclingfähig und unterscheidet sich damit deutlich von anderen Reifen mit Notlaufeigenschaften. ... ... ... Vielen Dank.